Bernhard Hermes, meist nur Bernd Hermes genannt, ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler. Hermes kam 1967 vom BC Quadrat in die Bundesliga-Mannschaft des 1. FC Köln. Drei Jahre lang versuchte Bernhard Hermes, sich in der Bundesliga beim 1. FC Köln durchzusetzen, was ihm jedoch nicht gelang. 1972 kehrte er mit dem Wuppertaler SV in die Bundesliga zurück und blieb auch nach dem Abstieg 1975 beim WSV. Seine letzten zwei Jahre im Profifußball spielte er dann noch einmal in Köln, diesmal bei SC Viktoria Köln. Statistik 1 Amateurländerspiel für Deutschland 75 Spiele 4 Tore für den Wuppertaler SV 86 Spiele 12 Tore für Viktoria Köln DFB-Pokal 2 Spiele für den 1. FC Köln Europapokal Der Pokalsieger UEFA 3 Spiele für den 1. FC Köln Erfolge 1968 DFB-Pokalsieger 1972 DFB-Pokalfinalist